Herzlich Willkommen zurück zu Final Fantasy VIII. Der Balambgarden fliegt, ja, wir haben es endlich geschafft nach ein paar Parts, nach knapp 40, dass der, ähm, Balambgarden anfängt zu fliegen. Wir haben eine neue Geil-Inforce im letzten Part bekommen und zwar, ähm, ähm, wie nennt sich das? Äh, hier, äh, Leviathan haben wir bekommen und wir haben gerade die geilste Tauschregel der Welt. Und noch ein Morbul. Wir haben nämlich im letzten Part auch, äh, eine zweite Morbul-Karte bekommen, äh, die zweite Morbul-Fühler, so ist es richtig. Und jetzt müssen wir nur noch gewinnen, damit wir ordentlich einheimsen können und jetzt ist es die Sache, je höher, desto besser. Nur können wir das gerade abschminken, aber egal, wir, selbst wenn wir nur einfach gewinnen, gewinnen wir zwei Karten, wie ihr jetzt seht. Wir können uns jetzt zwei Karten aussuchen, dank, äh, des Diffs, dank der Tausch-Dingens-Gift, äh, Diff. Und noch, weißt du, Anfang, Anfang jeder Folge kriegen wir erstmal 9000 Jill in unsere Hosentasche gestopft. Gefällt mir, kann auch ruhig im realen Leben so sein. So, jede halbe Stunde. Hey, guten Morgen, wollen wir spielen? Jo, vor allem mit den geilsten, mit den geilsten Regeln, die es gibt. Open und Diff. So. Keine Regeln, auf die man achten muss. Einfach nur Karten umdrehen, so viele wie möglich, schon hast du gewonnen. So, was will man haben. So, machen wir erstmal so. Aha, so, jetzt kriegen wir sogar vier Karten. Ähm, wer sich wundert, äh, wie das zustande kommt, ähm, Diff steht für Differenz, das heißt, da wir jetzt 7 zu 3 gewonnen haben, können wir vier Karten gewinnen. Also, vier minus drei sind vier. Das heißt, wir können immer die Differenz an Karten, die blau sind in dem Fall bei uns, ähm, auswählen vom Gegner. Was natürlich obergeil ist. Guck mal, hier ist noch die Drachen, die sollen, die wir, ähm, vertau... eingetauscht haben, um, äh, den Ehrgeiz zu bekommen für, äh, Xel. Oh, shit. Machen wir so... Da haben wir sowieso irgendeinen sicher, ja, oder auch gar keinen. Wieder vier. Nehmen wir die. Nehmen wir die, nehmen wir die und nehmen wir die. Guck, so ist Karten sammeln viel, viel einfacher und flotter, ja. Wir können jetzt in einer Runde vier Karten kriegen, das heißt, wir hätten sonst mit Tauschregel One vier Spiele spielen müssen. Also, wenn die Leute mal gute Karten, mehrere gute Karten haben, oder mehrere Karten, die wir noch nicht besitzen, dann, ähm, Arschkarte, sag ich dann mal. Gepflegte. Gepflegte. So. Wir brauchen ja nur eine Karte umlegen, dann haben wir ja quasi schon, äh, einen Bonus. Machen wir so. Eine Karte ist umgedreht, zweite Karte ist umgedreht, vier Karten für uns. So, keine Ahnung, alles scheiße. Ah, wunderschön. So, so kann das ruhig immer sein, überall. Ah, vor allem hier. Äh, wieder nur Kackkarten. Das heißt Bullshit. So. Oh, guck dir das an. Zack. Äh, okay, das war eigentlich ein Save für ihn. Aber egal. Machen wir das so, dann macht er das... Hat der keine Lust mehr zu gewinnen, oder was ist bei dem los? Der versucht ja nicht mal Karten umzudrehen. Naja, egal. Nehmen wir das, nehmen wir das, nehmen wir das, nehmen wir das. So. Dann können wir auch mal weitergehen. Genug ausgeraubt, die kleinen... Backnacken. So, ich bin falsch gelaufen, das war der Schulhof. Ich wollte hier hin, da wo die Leute ineinander gehen. Moin Moin, Karten. Jao. Vielleicht hast du ja noch eine, äh, Moral-Karte. Hab zu wenig davon. Oh. Eine Bosskarte. Ja, damit. Will ich haben. Wir brauchen nur eine Karte umdrehen, um zwei zu kriegen. Also, ja. Wir müssen immer Concentration bleiben. Jede umgedrehte Karte ist ein Sieg für uns. Ja, gut. Ne? Hat er quasi drauf bestanden zu verlieren. So. Hat sie. Entschuldigung. Ja, hat sie drauf bestanden zu verlieren. Oh, und doch, wir haben jetzt zweimal. Können wir gleich mal gucken, was die Karte uns bringt. Oh, die Rubrum-Karte war. Ist, glaube ich, ist, glaube ich, auch nicht so schlecht. Ja, ne? Egal. Die wird sowieso umgedreht. Gut. Dann, äh, warten wir mal hier ein bisschen. Darauf, dass sie noch einen größeren Fehler macht als vorhin schon. So, ja. Ja, Karten umdrehen. Eine sichere Karte umdrehen sollte man immer tun, ja. Aber naja, ne? So, wieder vier Karten. Also, ich muss sagen, mein, ist echt meine Lieblings, äh, hier, Tauschregel. Differenz ist echt das Beste. Oh, wieder eine Mega-Potion für uns. Ein Küsschen haben wir auch noch da unten rumliegen. So, wir müssen einfach auf irgendeinen Moment warten, bis, ähm, wir eine Karte umdrehen können, ohne dass sie umgedreht wird, ohne dass er wieder eine Karte umdrehen kann. So, und zwar genau jetzt. Es reicht eine. Das ist so geil. So, nehmen wir die beiden. Einmal spielen wir noch. Dann geht's auch schon weiter. Oh, oh. Elviolo und ein Wolframthor. Heißt der Wolframthor? Keine Ahnung. So, spielen wir mal wieder. Defensiv, ne? Wir wollen ja nichts überstürzen. Na, guck dir das an. Eine sichere Karte, nehme ich immer. So. Na, guck dir das an. Noch eine sichere Karte. Profi-Spieler hier. Äh, auf jeden. 100, 100 Kartenspieler gewonnen, oder was? Ach du Scheiße. 100 Karten, entweder 100 Karten gewonnen. Wär ja okay. Aber 100 Karten Spiele, das wäre ein bisschen übertrieben. Jetzt holt sie es aber raus. Jetzt holt sie es aber raus. Vier Bosskarten. Wir müssen umdrehen. Okay. Ah. Machen wir es mal so. Okay. Wir machen noch ein... Wir warten noch eine Runde. Ja, genau. Auf das habe ich gewartet. Karte umgedreht. Jawohl! Wir können uns alle vier holen. Oh mein Gott. Drei neue Karten. Dann haben wir schon. Hier, Schumi-Stammkarte. Deswegen denke ich, dass er ein Schumi war. Kokotus. Ein Gegner, den wir nicht kennen. Abaddon. Auch ein Gegner, den wir nicht kennen. Ey, hast du vielleicht noch mehr Karten von denen? Oh, Karten... Karten Seite 7 schon. Geil. Oh shit. Jetzt geht es aber los hier mit den Karten, die ich haben will. Tja. Ne? Ne? Wissen? Äh... Deren Ernst? Die Karte kann sie nicht mehr mehr umdrehen, wenn ich sie jetzt umdrehe. Also... Klar. Why not? Ja, dann drehen wir die Karte auch mal um. Damit er die Karte da hinlegt. Dann drehen wir die Karte... Shit. Ah, kacke. Egal. Wir können uns zwei holen. Auch gut. Die beiden. So. Dankeschön. So, dann gucken wir gleich mal nach, was die... Was wir so für Karten umtauschen können. Flüssigkeit. Wasserkristall. Zombiepuder. Zauberstein. Windfedern. Korallensplitter. Oh, Küsschenfüller. Einen Kaktusstachel. Einen magischen Stein. Einen Bombersplitter. Einen Eisenkugel. Einen roten Stoßzahn. Einen Eisenrohr. Einen G-Munition haben wir zu viele. Ja, guck mal. Guck mal. Zwei Exposions. Zwei... Zehn Todessteine. 30 Silber Munition. What the shit. Einfach nur... Äh, Abadon. Hier aber die beiden. Teufels Munition. Okay. Okay. Alles klar. Ja gut, wir haben jetzt wieder 10 Minuten mit Kartenspiel verbracht. Ich würde sagen, wir gehen da mal weiter. Hey. Äh, willst du was vom Direktor? Ja, ich will ihn sehen. Nun, der Direktor ist, äh, na, Dr. Kavaka, Dr. Kaluwaki. Schon gut. Äh, wirklich? Äh, ja. Ich hab nicht genügt. Weint. Übernehmen sie dich nicht. Es gibt eben viele Dinge. Hä? Der Zweite Weltkrieg war auch so einer davon. Sie bekommen immer alles mit, wenn ich ins Fettnäpfchen trete. Nun, worüber wollen wir reden? Ja, ähm, ja, 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 ich will Bericht erstatten. Nein, nein, das ist nicht nötig. Ich weiß in etwa, was passiert ist. Okay. Nun, worüber wollen sie reden? Äh, erklären sie mir, was es mit den Seeds auf sich hat. Seeds sind Seeds. Die Södergruppe des Ballamtgartens. Hä? Hm, hm. Sie scheinen wohl zu ahnen, dass mehr dahinter steckte? Ich bin immer der Letzte, der die Wahrheit erfährt. Die Seeds kämpfen gegen Hexen. Der Garn bildet die Seeds aus. Die Einsätze, die von den Seeds erfüllt werden, sind Vorbereitungen auf den Kampf mit der Hexe. Jetzt, wo eine Hexe in die Welt, die Welt in Angst und Schrecken versetzt, ergibt für Seeds der wahre Kampf. Nun, worüber wollen wir reden? Äh, über Hexe-Edea. Erzählen sie mir etwas über Edea. Ich habe gehört, sie wäre ihre Ehrefrau. Das ist richtig. Edea war seit ihrer Kindheit eine Hexe. Ich habe sie geheiratet, obwohl ich es wusste. Wir waren glücklich. Wir haben beide hart gearbeitet. Wir waren wirklich glücklich. Eines Tages sagte er, sie wolle einen Garten gründen. Ich war von der Idee begeistert. Die einzige Sorge war das Ziel der Seeds. Dass Edea und die Seeds eines Tages zusammenprallen würden. Edea hat nur gelacht und sagte, so etwas würde nie passieren. Aber trotzdem... Naja. So, das Letzte noch. Master Nook. Erzählen sie mir etwas über Master Nook. Er ist vom Stamm der Schumis. Verglichen zu seinen Stammesgenossen, ein Sonderling. Ich traf ihn, als ich das Kapital für den Bau des Gartens sammelte. Er war interessiert und wir wurden uns einig. Mit seinem Geld wurde der Gartner errichtet. Aber die Unterhaltungskosten für den Gartner waren gewaltig. Um die Kosten zu decken, haben wir begonnen, die Seeds als Söldner zu entsenden. Nooks bis Seeds-Methoden trugen stets Früchte. Ich musste immer immense Geldmengen flossen in unsere Kassen. Und der Gartner veränderte sich. Die ursprüngliche Tugenden wurden vergessen. Die Wahrheit wurde vertuscht. Soll ich fortfahren? Es war alles mein Fehler. Ich hätte mich deutlich äußern müssen. Nun, worüber wollen wir reden? Über die Zukunft. Was wird nun mit dem Gartner geschehen? Nun, zunächst müssen wir unsere Irrfahrt beenden. Danach vielleicht nur noch zu hoffen, dass Gartner und CCs sich wieder eigene eigentlichen Aufgaben bewusst werden. Nun, worüber wollen wir reden? Über gar nichts, Alter. Was wird bla, bla, bla? Ich forsche nur Spaß. Äh, shit. Oh, nein. Nein, ich habe zu viel gehört. Karten spielen, Oma? H Потому früher habe ich oft gespielt, aber in letzter Zeit nicht so oft. Ich hoffe, ich habe nur das gute Karten, alte Oma. Oder in die Jahre gegangen eine alte Dame. Du hast aber echt lange keine Karten mehr gespielt, Fräulein. Naja, ne? Warum? Warum? Warum machten sie es mir zu leicht? Ich krieg jetzt alle ihre Karten. Ich nie mal haben will, weil die alle scheiße sind. Jaja, du hast oft gespielt in letzter Zeit. Ich weiß. Gut, die Karte ist schon mal sicher. Ich weiß nicht, was ihr Ziel ist. Ganz ehrlich, ich hab echt keine Ahnung, was ihr Ziel sein soll. Ich kann jede Karte ausgleichen. Absolut jede Karte. Ja. Was nenn du, Alter? Wie schlecht kann man eigentlich sein? Wie viel ist das an, ey? Erstmal die alten, normale Karten abziehen. Ja, brauchst du sowieso nicht mehr so schlecht wie du spielst. Ja, wir haben auch ein paar OP-Karten, aber... Blitzer, der kann nützlich werden. Einfach mal holen. Falls wir den überhaupt schon haben. Weiß ich gar nicht. So. Hä? Ähm... Ja, blöd. Ja, wir gewinnen sowieso. Ja, genau. So. Easy. So. Einmal noch. Einmal noch. Ja, einmal noch. Dann gucken wir mal, was wir mit den gewonnenen Karten so alles herstellen können. Und dann geht's ab. Oh, guck mal. Mobile-Karte. Ja, dann. Gib mal her, den Lachs. Warten wir noch. Guck dir das an. Tour für Kain. Gut. Ähm, die müsste jetzt eigentlich darauf gehen. Ja, genau. Die Karte umdrehen. Ja. Hehe. Da-la-la. Noch eine Mobile-Karte. So, danke. So, wir rücken immer näher. Oh, geil. Fünf Schrauben. Oh, geil. Korallensplitter. Oh, geil. Dino-Knochen. Oh, eine geile Kralle des Fluchs. Oh, geil. Zwei Polarwinde. Ein Kiefer-MG. Ah, ja. Zwei Stück sogar. Oh, shit. Zwei magische Steine. Ein Dynamo-Stein. Davon hab ich zu viel. Okay. Und dann gucken wir gerade noch mal an Lebenszauber. Vigra hat noch nicht hier. Hat jetzt jeder voll. Okay. Das ist geil. Oh, Regener. Oh, Regener. So. Oh, Regener ist natürlich geil. Xcel. Ehrlich. Xcel hat 100. Gut, dann kriegst du da noch mal zwei. Okay. Wie gerade hier da voll. Erste. Gemach. Oh, hast. Der X-Quall ist voll. Nimm alles, was du nicht hast und gib nichts zurück. Gravit. Ja, gut. Da haben wir ein paar von. Hat jeder jetzt voll. Doppel. Kriegt sie mal. So, dann können wir mal hier gucken. Stein. Nee, brauchen wir nicht. Topsucht, ne. Gut, brauchen wir. Vielleicht auch nicht. Solche. Ja, Mobo. 40 Büro. Das ist voll krass, aber... Melken. Haben wir 100? So, kriegt Irwan hier noch einen. So, Heilmedikamente aus Items. Heilponition. Oh. Äh, wir mal gucken. Megapille. Oh. Oh, Megapillen. Ich glaube, die werden auch nützlich sein. Einfach mal tun. Einfach mal tun. Okay. Kugelwanderer. Jetzt wird's spannend. Okay, haben wir genug. Nochmal mal voll. Silbermunition. Ist leicht zu bekommen. Alles klar. Teufelsmun... Giftzahn brauchen wir sowieso nicht mehr. Flammmunition. Teufelsmunition voll. Flammmunition voll. Alles klar. So muss das sein. Stahlmunition machen. Oh, haben wir voll. Silber haben wir voll. Flamme haben wir voll. Alles voll. Nützliche Gegenstände. Aura. Protests. Zelt. Aus 100 entsteht eine Antimaterie. Ich hab nicht mal ne Ahnung, was Antimaterie ist. Ziel des Let's Plays. Schauen, was für eine scheiß Antimaterie ist. Geil. Wir brauchen 100 Krallen des Fluchs. So haben wir irgendwas, was man hier... Oh, guck mal. Ja, ganz wichtig. Platz sparen. Egal wie, Hauptsache, wir können irgendwie ein bisschen Platz schaffen. Ah, guck mal, ja. So. Ah, ganz spannend. Nach ein bisschen Spannung muss auch mal wieder ein bisschen Langeweile kommen. So, wir gucken jetzt mal nach, wo wir Krallen des Fluchs herbekommen. Äh, Krallen des Fluchs. Gibt's das überhaupt... Oder hab ich mich gerade... Ich spiele es Krallen. Krallen des Fluchs. Okay, wir brauchen ein Triple Visage-Karten, eine zweite Karte. Also, wir brauchen davon... Kurz nachgucken. Wie viele Karten brauchen wir dafür? Triple Visage. Okay, wir brauchen nur 100 Karten davon. Sollte machbar sein. Ja? Also, das ist unser... Äh... Oh. Äh, unser nächstes Ziel. Antimaterie ist unser nächstes Ziel. Hä? Vorher wird nicht weitergespielt. Nein, Spaß. Hm. Wir haben später noch genug Möglichkeiten, äh... Äh... Karten zu sammeln. Soviel ist sicher. Aber ganz ehrlich, ich save die Karte hier. Wer gewinnt sowieso? Äh... Oh. Neue Karte. Geil. Gut. Und spüren wir mal noch ein bisschen weiter. Gib mir Triple Visage oder... Gib mir... Äh... Äh... Wie heißen die Karten? Keine Ahnung. Ist auf jeden Fall nicht dabei. Hier, Mesmerize. Gib mir Mesmerize. Gib mir, äh... Triple Visage. Gib mir, äh... Morbul. Die drei Karten bitte jetzt immer. Danke. 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 Würde mich freuen. So. Er saved keine Karte von sich. Okay. Dann save wir mal keine Karte für uns. Ne. Gewonnen. Äh... 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 Schmelzdrache nehmen, weil wegen Flammmunition 30 pro Karte quasi. Äh... Wir wollen ja vorsorgen. Die Karte wird nicht safe sein, aber ist egal. Le? Dann werden wir mal dafür sorgen, dass wir hier schützen. Und dann werden wir dafür sorgen, dass wir die Karte umdrehen. So. 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 Keine Ahnung, was du machst. Komm. Einmal noch. Komm her. Einmal geht noch. Einmal geht noch rein. Okay. Nicht die Karten, die ich haben will, aber ist ja auch egal. Aber er macht es uns wieder leicht. So. Jawohl. Karte sicher. Jawohl. So. Danke, Kollege. So, denn hier in dieser Schule gibt es eine Art CC-Club. Und dieser CC-Club hat ein paar geile Karten-Parade. Und die wollen wir haben. Squall. Squall. Hä? Bloß hier auf die Fresse fliegen. Habt ihr Direktor Sid gesehen? Auf der Krankenstation. Äh. Wieder was los? Äh. Geht mal aufs Außendeck. Im zweiten Stock. Ein Schiff nähert sich. Vielleicht sieht das gar bald Jana. Vielleicht will sich die Hexe rächen. Auf alle Fälle müssen wir erst dem Direktor melden. Ah, ja. Zweiter Stock. Außendingens Deck. Okay. Schauen wir mal nach. Was da geht. Welches Schiff das ist. Ich glaube, ich weiß schon, welches Schiff das ist. So. Da, 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 da. Die beiden Damen da im Vordergrund lassen wir mal links, äh, rechts liegen. Entschuldigung. Wir gehen ja, ne? Ja. Gut. Auf geht's. Auf geht's. Auf geht's. Heilalai. Ein Schiff. Ein galbadianisches Schiff. Nein. Ein weißes Schiff. Ist der Direktor Sid hier? Der Direktor ist nicht hier. Seid ihr aus Galbadia? Wir sind Seeds. Dieses Schiff gehört Idea. Wir sind die Seeds der Hexe Idea. Seeds. Wir kommen rüber. Wir sind unbewaffnet. Wir kommen hier. Wir kommen in Frieden. Wir kommen in Frieden. Wir kommen in Frieden. Offensichtlich. Offensichtlich. Leider haben sie recht. Äh, 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 äh. Ne? Ne? Ka... Sag mal, Squall, wer ist diese Illyone? Alien. Sie taucht in der anderen Welt immer auf. Okay. Tschüss. Ja. Und ey. Muss ich wieder alleine suchen gehen, oder was? Tatsächlich. Na ja, können wir mal gestohlen bleiben. Ich bin der Beste. Ich bin der Stärkste. Vielleicht auch nicht. So, die Dame. Ist im ersten Stock. Wer hätte es gedacht? Aber nicht irgendwo im ersten Stock, sondern da, wo viele Bücher sind. Glaube ich. Ja, ich glaube es. Äh, hier müsste es sein. Ja, hier müsste sie eigentlich rumlungern. Ah, guck mal an. Was ist denn, Squall? Bist du etwa Alien? Ja, ich bin Alien. Du bist Alien? Die Alien? Okay, das ist... Ich weiß nicht, wie man diesen Namen ausspricht. Was geht denn hier ab? Du kennst Laguna, richtig? Ja, das tue ich. Mein lieber Onkel Laguna. Sag's mir. Was war das eigentlich? Es tut mir leid, Squall. Ich kann es dir noch nicht erklären. Aber eins kann ich dir sagen. Das war die Vergangenheit. Also doch, die Vergangenheit. Ach, du Scheiße. Das heißt doch, dass man die Vergangenheit nicht verändern kann. Aber was ist, wenn die Möglichkeit besteht? Würde man es nicht doch versuchen? Verändern? Die Vergangenheit? Meinst du das im Ernst? Lächerlich. Also, du bist es. Du bringst uns in die andere Welt. Es tut mir wirklich leid. Schon wieder. Durch irgendeinen Blödsinn werde ich wieder verwirrt. Warum ich? Ich hab genug zu tun. Lass mich in Ruhe. Es tut mir wirklich leid. Versuch mich nicht einzuwickeln. Voll aggressiv, der Typ, ey. Squall, hast du Elyone gesehen? Alien? Äh, das... Das bin ich. Frontstimmen FTV, ja? Da hören sich alle gleich an oder... Komisch. Alles in Ordnung? Nein. Elyon Alien hat mir zugeflüstert. Was? Ich vertraue nur dir. Okay. Warum ist man immer von anderen abhängig? Jeder soll sich selbst um seinen Kram kümmern. Äh, okay. Manche Sachen kann man aber nicht alleine lösen, ja? Ich war nie von jemandem abhängig. Ich habe mich um meine Probleme und Sorgen immer selbst gekümmert. Als Kind konnte ich natürlich nicht alles alleine erledigen. Ah, ja. Der Fehler liegt in seiner Kindheit. Ich war von vielen Menschen abhängig. Zum Glück nicht von Rauschgift oder so. Ach du Scheiß, ist der Mond riesig. Das gebe ich ja zu. Weil andere Menschen für mich da waren, bin ich das, was ich jetzt bin. Ich komme jetzt alleine aus. Ich weiß, was ich tun muss, um zu überleben. Ich bin auch kein Kind mehr und weiß alles. Das ist eine Lüge. Im Grunde weiß ich überhaupt nichts und bin verwirrt. Ich will nicht abhängig sein. Was muss ich denn dafür machen? Sagt es mir. Jemand soll es mir sagen. Jemand? Bin ich. Also doch abhängig? Oh meine Güte. Ich bin alleine. Ich werde mich bemühen. Ich schaffe es auch ohne dich. Ich werde alles alleine schaffen. Und ganz locker bleiben, Squall Junior. Und sie schon wieder in meinem Zimmer drin. Äh, in unserem Zimmer drin. In seinem Zimmer drin. Morgen auch. Ich habe nicht geschlafen. Ach wirklich? Du hast aber im Schlaf etwas gemurmelt. Verrate ich dir aber nicht. Hehehe. Hey, jetzt gehen wir auch spazieren. Schon wieder? Das letzte Mal war es ein Rundgang. Diesmal gehen wir einfach spazieren. Geh doch alleine. Du bist hier in Sicherheit. Du solltest mich ja nicht beschützen. Hör zu. Wenn du allein bist, runzelst du immer die Stirn. Das ist der Grund, warum deine Wunde nicht aushalt. Immer wenn sie ein Schauf bildet, bruselt er herunter. Stimmt's? Was ich damit sagen will ist, auch wenn ich meine, auch wenn ich eine dumme, eingebildete Gans bin, denke ich doch, dass ich ein bisschen dazu beitragen kann, dass ich ein bisschen dazu beitragen kann, dich von deinen Sorgen ein wenig abzulenken. Stimmt's oder habe ich recht? Ja, okay, schon gut. Oh, er beglückt mich aufs höchste, Sire. Äh, Sir. Also, los, los. Boah, Schnauze, ey. Erstmal saven. So, ähm, ja. Aber ich würde sagen, damit ein vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir einen Spaziergang machen und hoffentlich passiert mal wieder was Spannendes. Ich will kämpfen, und zwar mal gegen richtige Gegner. Also, vielen Dank fürs Zuschauen, wir sehen uns in der nächsten Folge von Final Fantasy VIII, bestimmt wieder, oder in einem anderen Spiel, was ich momentan spiele. Also, bis dann, und tschüss. Bye.